Eine Pflegemutter nimmt ein kleines Mädchen auf und bemerkt sofort, wie ähnlich sie dem kleinen Jungen sieht, den sie kürzlich adoptiert hat. Und was sie dann tut, ist schockierend und überraschend. Als Katie Page aus Colorado ihre neue Pflegetochter Hannah ansah, bemerkte sie, dass ihr etwas sehr vertraut vorkam. Sie konnte nicht genau sagen, was das war, aber sie zerbrach sich viele Tage lang den Kopf. Doch das Rätsel lenkte sie nicht vom Wichtigsten ab. Sie hatte ein neues Baby in ihrem Leben, das all die Liebe und Unterstützung brauchte, die sie ihm geben konnte, wenn auch nur vorübergehend. Katie hatte immer davon geträumt, Mutter zu werden, aber leider war sie nicht in der Lage, ein eigenes Kind zu bekommen. Entschlossen, sich ihren Traum von einer Familie zu erfüllen, begann sie, die Möglichkeit einer Adoption zu prüfen. Katie war offen dafür und bereit, es zu versuchen. Nach einer langen und emotionalen Reise wurden ihre Gebete erhört, als sie über die Adoptionsmöglichkeit für einen kleinen Jungen namens Grayson stolperte. Von dem Moment an, als sie ihn erblickte, wusste Katie sofort, dass er das fehlende Teil in ihrem Leben war. Grayson's leibliche Mutter war in die dunkle Welt der Drogensucht abgerutscht und hatte ihn im Krankenhaus ausgesetzt. Von Mitleid überwältigt, konnte Katie den Gedanken nicht ertragen, dass Grayson ohne Liebe, Stabilität und Zugehörigkeit aufwachsen würde. Sie sah diese unglückliche Wendung der Ereignisse als ein Zeichen von oben, als eine Berufung, dass sie dazu bestimmt war, Grayson's Lebensweg zu ändern. Sobald sie ihn mit nach Hause nehmen durfte, kümmerte sich Katie mit Leib und Seele um ihren neuadoptierten Sohn und überschüttete ihn mit all der Liebe und Zuneigung, die er verdiente. Doch das Schicksal hatte noch eine weitere Überraschung für Katie auf Lager. Nur einen Monat nach der Adoption von Grayson erhielt Katie einen unerwarteten Telefonanruf. Ein neugeborenes Mädchen namens Hannah brauchte ein Zuhause und die Sachbearbeiter glaubten, dass Katie perfekt zu ihr passen würde. Aber es gab einen Haken, Hannah sollte nur vorübergehend in ihre Obhut gegeben werden, während sie darauf wartete, dass sich jemand meldete, der sie adoptieren wollte. Obwohl sie ursprünglich nicht vorgehabt hatte, ein Kind in Pflege zu nehmen, konnte Katie das Gefühl in ihrem Herzen nicht ignorieren, als sie ein Foto von Hannah sah. Sie wusste, dass sie die Gelegenheit nicht ausschlagen konnte, diesem unschuldigen Kind eine liebevolle Familie zu geben. Dankbar für ihre eigenen Erfahrungen mit der Adoption begann Katie, sich Hannah als die perfekte Schwester für Grayson vorzustellen. Obwohl sie Bedenken hatte, ein Kind in ihrer Familie aufzunehmen, weil sie wusste, dass sie es irgendwann wieder loslassen müsste, stimmte sie schließlich zu, es in Pflege zu nehmen. Sie ahnte nicht, dass diese Entscheidung sie auf einen Weg voller unvorstellbarer Wendungen führen würde. Als Katie Hannah nach Hause brachte und den Namen ihrer leiblichen Mutter auf dem Krankenhausarmband sah, war sie verblüfft. Der Vorname war derselbe ungewöhnliche Name wie der von Graysons Mutter. Das kam ihr seltsam vor und sie wurde das Gefühl nicht los, dass es eine Verbindung zwischen Hannahs und Graysons Geschichte gab. Als sie sich näher mit dem Hintergrund des kleinen Mädchens beschäftigte, fand sie heraus, dass ihre Mutter im Krankenhaus über ihre Nachnamen und ihr Geburtsdatum gelogen hatte. Das entsprach dem Betrug, den Graysons Mutter begangen hatte, kurz bevor sie ihn eiskalt verlassen hatte. Je mehr Katie über Hannahs Vergangenheit herausfand, desto stärker wurde der Verdacht, dass die Geschichten der beiden nicht nur ein Zufall waren, sondern Teil einer verborgenen Verbindung, die nur darauf wartete, aufgedeckt zu werden. In einem verzweifelten Versuch, die Wahrheit herauszufinden, veranlasste Katie einen DNA-Test für Grayson und Hannah. Das Ergebnis bestätigte ihren Verdacht. Die beiden Kinder waren tatsächlich biologische Geschwister. Von einem überwältigenden Verantwortungsgefühl getrieben, nahm Katie sofort Kontakt zu den Sozialarbeitern auf, die ihr Hannahs Betreuung anvertraut hatten und bot sich an, sie ordnungsgemäß zu adoptieren. Angesichts der außergewöhnlichen Umstände, die hinter ihrem Antrag standen, stimmte das System ohne weitere Verzögerungen zu und Katie wurde die liebevolle Mutter zweier Kinder. Aber das war erst der Anfang. Zwei Jahre später entdeckte sie, dass ihre Kinder ein weiteres Geschwisterchen namens Jackson hatten. Diese Enthüllung schockierte sie, denn sie behauptete, dass dieselbe Mutter nicht nur ein, sondern drei Babys bei drei verschiedenen Gelegenheiten ausgesetzt hatte. Leider war Jackson von einer anderen Familie adoptiert worden. Seine Adoptiveltern, Casey und Dustin, hatten bereits begonnen, sich ein Leben mit ihm aufzubauen. Katie verstand jedoch, dass es wichtig war, die drei Geschwister zusammenzubringen, denn die Trennung war eine ungerechte Folge der Grausamkeit ihrer Mutter gewesen. Sie konnte die Schuldgefühle nicht abschütteln, weil sie eine so große Störung in dieser bereits glücklichen und gut funktionierenden Familie verursacht hatte. Katie fragte sich ständig, ob sie überhaupt das Recht hatte, sich in ihr Leben einzumischen, aber eine unerklärliche Kraft zwang sie, an ihrer Mission festzuhalten, die lange verschollenen Geschwister wieder zusammenzubringen. Schweren Herzens und mit Tränen in den Augen wandte sich Katie an Jacksons Adoptiveltern und konnte ihre Gefühle nicht länger zurückhalten. Sie arrangierten ein Treffen und mit zitternder Stimme erzählte sie von den erstaunlichen Ereignissen, die sich in ihrem Leben zugetragen hatten. Natürlich waren Casey und Dustin fassungslos und hatten Mühe, die schockierende Enthüllung über ihren kleinen Jungen zu begreifen, aber ihre Liebe zu ihm veranlasste sie, ihrem Herzensanliegen aufmerksam zuzuhören. Sie wussten, wie wichtig es war, Jackson mit seinen lange vermissten biologischen Geschwistern wieder zusammenzubringen und erkannten, dass ein harter Kampf vor ihnen lag. Trotz des unbeschreiblichen Schmerzes, den der Abschied von Jackson unweigerlich mit sich bringen würde, schoben Casey und Dustin selbstlos ihre eigenen Gefühle beiseite und dachten an das große Ganze. Mit einem schweren Seufzer und echter Sorge im Gesicht stimmten sich schließlich zu, Katie Jacksons Obhut anzuvertrauen und ihr zu erlauben, ihn zu adoptieren, in der Hoffnung, dass diese schwere Entscheidung den Geschwistern unermessliches Glück bringen würde, wenn sie sich gemeinsam auf diese neue Reise begeben. Während des langwierigen und komplexen Adoptionsprozesses hat Katie stets das Wohlergehen und die emotionale Stabilität von Casey und Dustin im Auge behalten. Katie war sich bewusst, dass die Integration eines weiteren Kindes in die Familiendynamik viel Einfühlungsvermögen und Verständnis erfordern würde, und so bemühte sie sich ständig darum, dass Casey und Dustin weiterhin eine enge Beziehung zu Jackson haben. Aber letztendlich war es Katies oberstes Ziel, eine triumphale Wiedervereinigung für Grayson, Hannah und Jackson zu erreichen. Drei unschuldige Kinder, deren Leben durch schwierige Umstände schmerzhaft zerrüttet worden war. Bemerkenswerterweise unterstützten Casey und Dustin Katies Version voll und ganz und trugen von ganzem Herzen zu einer glücklichen gemeinsamen Zukunft der Kinder bei. Die drei konnten sich aufeinander verlassen und wurden fast zu Co-Eltern für die drei Kinder. Nun bist du an der Reihe. Wie hättest du dich gefühlt, wenn du herausgefunden hättest, dass deine beiden getrennt adoptierten Kinder miteinander verwandt sind? Und wärst du in der Lage gewesen, dein Kind aufzugeben, um eine Familie wieder zu vereinen, so wie Casey und Dustin es getan haben? Wie immer freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken und Meinungen in den Kommentaren unten mitteilst.